Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Alarmanlagen. Das High-End-Produkt in unserem Alarmanlage-Test geht an das Ring-Alarm-Set. Ring-Alarm, die intelligente Lösung, Ihr Zuhause von innen heraus zu schützen. Erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone, sobald jemand einen Raum betritt, ein Fenster öffnet oder die Sirene auslöst. Ring-Alarm ist eine kostengünstige Lösung für umfassende Heimsicherheit. Ohne langfristige Verpflichtungen oder Kündigungsgebühren. Richten Sie Ring-Alarm in minutenschnelle Selbst ein, ohne Werkzeug oder professionelle Installation. Ring-Alarm ermöglicht umfassende Sicherheit für Ihr Zuhause und das immer in greifbarer Nähe. Steuern Sie Ring-Alarm und andere Produkte von Ring ganz einfach über die kostenlose Ring-App. Funktioniert mit ausgewählten Alexa-Geräten zur Aktivierung, Deaktivierung und Statusüberprüfung des Ring-Alarm-Sicherheitssystems per Sprachbefehl. Das fünfteiliges Set enthält eine Basisstation, einen Türfensterkontakt, einen Bewegungsmelder, ein Keypad und einen Signalverstärker. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Bosch Spexor Alarmanlage. Die Mobile Einbruchserkennung von Bosch Spexor verfügt über eine Vielzahl von Sensoren und intelligente Algorithmen, die die Sicherheit erhöhen. Spexor nutzt kombinierte Sensoren für die Einbruchserkennung, Messung der Luftqualität, Temperaturwarnung und zur Erkennung von Brandgasen. Über Software-Updates kommen laufend Verbesserungen und weitere Funktionen hinzu. Nicht nur für zu Hause, sondern auch für unterwegs. Dank starkem Akku auch geeignet für das Auto, Wohnmobil, Gartenhaus, die Garage, Werkstatt, Ferienwohnung und das Hotelzimmer. Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten wie Bluetooth, WLAN, Mobilfunk und GPS. Über Home Connect Plus lässt sich Spexor mit wenigen Klicks in deine Smart Home Infrastruktur integrieren und mit anderen Geräten verbinden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Alarmanlage-Test ist das Ring-Kit. Die Alarmanlage mit Kamera bietet dir umfassende Sicherheit für dein Haus oder deine Wohnung. Das Set für Einsteiger enthält eine Basisstation, ein Keypad, einen Tür-Fensterkontakt, einen Bewegungsmelder sowie einen Signalverstärker. Wenn der Alarm ausgelöst wird, erhältst du Benachrichtigungen auf dein Handy. Über die Ring-App kannst du die Alarm-Modi und die mit der Alarmanlage verbundenen Geräte steuern. Mit Zubehör wie Bewegungsmeldern, Tür-Fensterkontakten und der Außensirene lässt sich der umfassende Schutz ganz einfach und schnell erweitern und an die Größe deines Zuhauses anpassen. Ring-Alarmanlagen sind ganz leicht zu installieren. Schließ einfach die Basisstation an eine Stromquelle an, stell über die Ring-App eine Verbindung mit dem WLAN her und platziere deine Bewegungsmelder und Tür-Fensterkontakte dort, wo du sie benötigst. Verknüpfe deine Alarmanlage mit kompatiblen Alexa-fähigen Geräten und aktiviere oder deaktiviere sie per Sprachbefehl. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.